Liebe Susi, ich möchte dir einmal ganz herzlich für deine Blogs und Podcasts danken. Bei der Suche nach Hilfe aus meinem Burnout heraus bin ich auf dich gestoßen. Seither gönne ich mir jeden Morgen eine deiner Podcast-Folgen und schöpfe daraus Ideen und oft auch Kraft. Ich habe bei Staffel 1 Folge 1 begonnen, nachdem ich irgendwo hineingehört hatte und fand, dass ich das von Anfang an mitverfolgen muss. Heute bin ich in der zweiten Staffel bei der Trauerarbeit angekommen und begreife plötzlich so vieles. Dass es sich nicht nur um ein berufliches Problem handelt, war mir bewusst. Nun sehe ich aber, dass ich eigentlich um eine ganz andere Lebensphase trauere. Damit erklärt sich die immer wiederkehrende tiefe Müdigkeit, obwohl ich schon seit vier Monaten krankgeschrieben zu Hause rumhänge und trotz Medikament und Psychotherapie nur kleine bis kleinste Fortschritte sehe. Ich trauere darum, dass ich in der Firma nach 20 Jahren Engagement gezwungen wurde, meine Geschäftsleitungsverantwortung abzugeben und bereits eineinhalb Jahre vor meiner effektiven Pensionierung meinen Nachfolger einarbeiten und meine geliebte Arbeit abgeben musste. Gleichzeitig trauere ich darum, dass nun auch meine jüngste Tochter seit über zwei Jahren ausgezogen ist und ich hier in meinem wunderschönen Haus alleine zurückbleibe. Meine Kinder sind wohl auf und dennoch bin ich jedes Mal, wenn sie wieder gehen, wenn ein SMS-Kontakt abgeschlossen ist, wenn ich an sie denke, einfach nur traurig und sehe keine Entwicklungsmöglichkeit. Du sagst, die Liebe neu sortieren. Das ist einen Versuch wert und auch, dass der Trauer Raum geben macht Sinn. Aber es macht auch Angst, Angst nicht mehr herauszufinden aus dem Jammern und Klagen. Selbstverständlich klage ich nicht laut. Niemand hätte Verständnis dafür, dass ich so ein Theater mache, nur weil die Kids ausgezogen sind. Das passiert doch allen Eltern irgendwann und die überleben es auch alle. Wie überleben sie es? Weißt du dazu Näheres? Gibt es irgendwann auch dazu einen Podcast? Hast du dazu Erfahrungen? Ich finde im Internet höchstens Artikel bezüglich Empty Nest Syndrome, die mir empfehlen, ein Hobby zu suchen und mich abzulenken. Aber das kann kaum die Lösung sein, oder? Ganz herzliche, dankbare Grüße aus München. Ich werde dich wärmstens empfehlen. Sandra Liebe Sandra, deine Nachricht ist jetzt schon eine Weile her und ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dass es so lange gedauert hat. Dein Text hat mich sehr berührt und die Fragen darin gehen ganz schön an die Substanz. Tausend Dank für diese Inspiration. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. An alle anderen, jetzt kommt wieder ein Dreiteiler. Bedankt euch bei Sandra. Arbeit, Familie, Leben Heute Teil 1 Arbeit Endlich Jetzt, wo auch die vierte Staffel sich dem Ende zuneigt, Jetzt, wo wir uns schon so viel mit deinem Leben und deiner Zeit, aber auch mit der langen Zeit und dem langen Weg, den wir als Menschheit zurückgelegt haben, beschäftigt haben, kann ich endlich zu einem Thema kommen, über das ich ohnehin schon seit Folge 1 in meinem Podcast sprechen wollte. Seit anderthalb Jahren überlege ich nun schon, wie ich diese Thematik angehen kann. Unzählige Stunden habe ich auf meinem Sofa gesessen, auf den von flauschigen Wölkchen besprenkelten Himmel und die zartgrünen Baumwipfel vor meinem Fenster gestarrt und versucht, mit Worten eine der wenigen Fragen greifbar zu machen, welche jeden von uns, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, immer wieder um- und antreibt. Wozu bin ich hier? Und was ist es, was meinem Dasein Substanz und Bedeutung verleiht heute? Und wenn ich am Ende meiner Zeit hier darauf zurückschaue? Manchmal habe ich mich gefragt, ob all das, was mich jeden Tag umgibt und beschäftigt, überhaupt ausfüllt. Ob da noch Luft nach oben ist. Ob ich mich mehr fordern, mehr aus meinem Leben machen müsste. Der Himmel vor meinem Fenster wurde strahlend blau. Die Tage länger, die Baumwipfel saftig, kräftig, grün. Wer sich die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt, dachte ich irgendwann, der muss sich vielleicht auch erst einmal fragen, ob es diesen einen Sinn überhaupt gibt. Vielleicht sind es ja auch mehrere, die am Ende ein Ganzes ergeben? Oder gar keiner? Das wäre übel, dachte ich, denn dann hätte mein Leben keine Orientierung. Ich meine, mir würde die Ausrichtung fehlen. Nichts von dem, was ich tue oder schaffe, könnte sich dann von den täglichen Bagatellen des Alltags trotz abheben. Ich will wissen, wofür ich all das tue, was ich tue. Und für wen? Und als ich wieder aus dem Fenster sah, strahlten die Bäume in Gold und Rot und graue, tiefhängende Wolken wälzten sich den Himmel entlang. Ich möchte etwas, was bleibt, dachte ich. Und wenn es nur so eine Art sehr lange, sehr nachhaltige Erinnerung an viele schöne Jahre ist. Draußen begann es kalt zu werden. Schnee hatte sich auf jedes einzelne der kleinen Stöckchen im Geäst der kahlen Baumkronen gelegt. Ich möchte aber auch einen Lebensweg, den ich genießen kann. Schließlich weiß man ja auch nie, wie lange der eigentlich geht. Und alles kann ja auch manchmal so schnell vorbei sein, dachte ich. Stand auf. Knipste das Licht an, kochte mir den Kakao und setzte mich an den Laptop, um zu arbeiten. Inzwischen war auch deine E-Mail eingetroffen, Sandra. Draußen war es jetzt auch schon zu dunkel geworden, um weiter die Baumwipfel zu beobachten. Und wer hat heutzutage schon Zeit, sich ewig über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen? Willkommen bei Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Das hier ist also der erste Teil meiner Miniserie Arbeit, Familie, Leben. Heute erfährst du von mir, wann Arbeit uns nicht nur Geld bringt, sondern uns auch zufrieden macht und uns in unserer Entwicklung fördert. Wir machen einen kleinen Ausflug in die Geschichte und du wirst Arbeit und was sie für unser Leben bedeutet, aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernen. Am Ende bekommst du von mir auch noch drei Fragen an die Hand, mit denen du schon etwas überprüfen kannst, wie sinnstiftend und erfüllend deine Arbeit im Sinn des Lebens wirklich ist. Zunächst einmal möchte ich dich jedoch mit etwas vertraut machen, was dein ganzes Leben bestimmt. Ich knüpfe damit ein bisschen an Folge 9, Staffel 3 an, in der du schon von Rogers gehört hast, dem alten Haudegen, und erfahren hast, wie sehr es uns prägt und wie leicht oder schwer wir es als Kinder hatten, herauszufinden, was uns liegt, worin wir gut oder vielleicht sogar begabt sind und welche berufliche Tätigkeit uns ein Leben lang erfüllen könnte. Ich habe damals ein bisschen erklärt, wie wir als Kinder lernen und erfahren, ob wir gut genug sind, was wir uns zutrauen können und woher starke Selbstzweifel und Ängste, eben nicht gut genug zu sein und unendlich Leistung bringen zu müssen im Erwachsenenalter, kommen. Heute möchte ich über Selbstwirksamkeit sprechen. Achtung! Selbstwirksamkeit im psychologischen Sinne ist schlicht und ergreifend die Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Aber das meine ich nicht. Ich meine die Erfahrung, dass das, was wir tun, einen Effekt bringt, wenn ich von Selbstwirksamkeit spreche. Dass wir Einfluss haben auf die Dinge um uns herum. Dass wir wirksam sein können. Ich möchte behaupten, dass eine der ersten und eindrucksvollsten Erfahrungen des Selbstwirksamseins in diesem Sinne war, als wir im Kinderstuhl saßen, du weißt schon, so ein Hochstuhl mit Tüchen, und unsere Mutter vor uns ein Glas oder einen Teller abgestellt hatte und dann noch mal schnell in die Küche zurück musste. Das war unsere Chance. Wir haben nach dem Teller gegriffen, ihn uns angeguckt, ihn angehoben, nach unten gesehen, ihn über den Rand unseres Tischens gehalten und fallen gelassen. Boah ey, was für ein Effekt. Wahnsinn. Es knallt, der Teller zerspringt in tausend Stücke. Faszinierend. Und all das haben wir ganz allein geschafft. Yay! Wir, das, was wir tun, sind ganz alleine selbst wirksam. Wir können die Welt verändern und erschaffen und es wird nichts in diesem Leben geben, was uns mehr beschäftigen und Fun bringen wird, als diese Tatsache. Deshalb werden wir unermüdlich auf der Suche sein, nach Möglichkeiten immer wieder herauszufinden, ob wir vielleicht noch mehr noch wirksamer sein können. Im späteren Leben zum Beispiel, indem wir immer wieder versuchen, die Ergebnisse unserer Arbeit und unseren Erfolg zu steigern. Selbstwirksamkeit ist Beste. Aber da ist noch was. Oder besser, noch jemand, von dem ich dir berichten muss, bevor wir uns der Geschichte zuwenden können. Der gute, alte Erich Fromm. So, wie Rogers sich damit beschäftigt hat, woher unsere Neigungen und Talente denn eigentlich kommen, hat der gute, alte Erich sich gefragt, was wir denn alles so brauchen in unserer Arbeit, an unserem Arbeitsplatz, damit wir uns nicht nur wohlfühlen mit dem, was wir tun, sondern damit wir darin auch Erfüllung finden. Oder am Ende vielleicht sogar den Sinn in unseres Lebens. Seine These war auf jeden Fall, dass wir nur dann zufrieden und glücklich sind, wenn wir sehen, dass unsere Arbeit einen Effekt hat. Und zwar den, den wir uns gewünscht haben. Wenn wir Tischler sind zum Beispiel. Denn dann haben wir uns erst mal kreativ in uns selbst betätigt, indem wir den Tisch für unseren Kunden entworfen haben. Wir haben Tage und Wochen daran gesägt, gefeilt, geschraubt, lackiert und so weiter. Vielleicht war das anstrengend, vielleicht hatten wir sogar ein bisschen Zeitdruck, aber letztlich sind wir jeden Tag zufrieden aus der Werkstatt heimgegangen. Denn wir haben gesehen, dass wir im Vergleich zum Vortag schon viel weiter gekommen sind. Wir erschaffen diesen Tisch von der Idee, wie er aussehen könnte, bis zu dem Moment, wo der Kunde ihn abholt. Und wir mit ihm zusammen nochmal zufrieden auf unser fertiges Werk gucken, bevor er ihn mitnimmt und bei sich zu Hause aufstellt. Mega nice! Wir haben gemacht, was uns Freude bereitet, und worin wir schon immer etwas geschickter waren als die anderen. Wir haben ein Projekt zufriedenstellend abgeschlossen, Anerkennung dafür bekommen und auch noch Geld damit verdient. Und weil wir zum Beispiel schon so lange Tischlern und unsere Arbeitsgeräte und das Holz schon so lange kennen und bearbeitet haben, ist uns sogar noch das ein oder andere aufgefallen, was wir verbessern und optimieren können, damit wir in Zukunft ein bisschen schneller oder präziser arbeiten können. Wir haben es einfach mal ausprobiert während dieses Projekts und es hat bestens funktioniert. Und genau das ist eine der Kernthesen von Fromm. Wir sind nur dann glücklich und erfüllt in unserem Leben, wenn wir etwas aus uns selbst heraus erschaffen dürfen, wenn wir ein fertiges Ergebnis sehen können, nachdem wir den ganzen Arbeitsprozess auf dem Weg zu diesem Ergebnis erlebt und nach unseren Vorstellungen optimiert haben. Am Ende können wir dann dastehen und sagen, das bin ich, ein hervorragender Tischler. Wir wollen etwas Sinnvolles tun und wir müssen sehen, wofür wir es tun, wohin unsere Energie am Ende geht, damit wir glücklich sind. Ach, Erich, ich mag dich und deine These so sehr. Aber genug der Schwärmerei, kommen wir jetzt zu unserem kleinen Ausflug in die Geschichte, den ich dir versprochen habe. Denn wir wurden ja nicht nur von diesem verrückten Tiger aus den ersten Folgen dieses Podcasts verfolgt, über Jahrtausende, haben in Höhlen gehaust und ein bisschen Getreide kultiviert, bis wir plopp auf einmal am Fließband wieder aufgewacht sind und gar nicht wussten, wie uns geschieht. Nein, nein, der Weg zu unserem Platz am endlosen Fließband oder ins Büro war lang. Und den größten Teil dieses Weges haben wir gearbeitet, um einfach zu überleben. Wir haben nicht großartig vorausgedacht und Überstunden gemacht, um Geld zu sparen und so schneller eine neue Handtasche oder ein schickes Auto kaufen zu können. Die meiste Zeit haben wir nur für unseren tatsächlichen Bedarf gearbeitet. Selbstwirksamkeit erfahren, ohne dass uns das überhaupt bekannt war und dann gechillt. dass jeder sein Bestes zum Erhalt und zum Fortkommen der Gruppe beitrug, war selbstverständlich. Davon hing ja unser Überleben ab. Und so stellte sich auch die Frage nach individuellen Talenten erst mal gar nicht. Wenn jemand sehr kräftig und schwer ist, dann schickt man ihn nicht auf die Jagd. Anderswo ist er besser für die Gemeinschaft zu gebrauchen. Zack, Thema erledigt. Auch wenn man damals noch nicht so ausschweifend wie heute über Talente nachgedacht hat, zwar hat sich die Gruppe also schon auch nach ihren Stärken organisiert. Talent und deine Aufgabe in der Gruppe waren quasi automatisch verbunden. Denn auch zu dieser Zeit zeichnete sich schon früh im Kindesalter ab, was wessen Ding war und wo er sich nützlich machen könnte oder eben auch nicht. Und natürlich haben wir auch hier schon angefangen uns selbst zu beobachten und unser Können ausreizen zu wollen. Den Anbau von Getreide zu optimieren zum Beispiel, das Rad zu erfinden um schneller zu sein. Wir Menschen langweilen uns schnell und wir sind ungeduldig. Das war auch für einigen tausend Jahren nicht anders. Wir strebten also immer nach Entwicklung, Herausforderungen und Förderung. Nicht nur in diesem Leben, sondern die ganze Menschheitsgeschichte lang. So richtig spannend, wenn es um Arbeit und Selbstwirksamkeit geht, wurde es dann im Mittelalter. Anfangs sorgten noch bis zu 100 Feiertage im mittelalterlichen Jahr dafür, dass die Arbeit nicht in den Vordergrund geriet. Denn wozu auch mehr arbeiten? Habgier und Streben nach Gewinn oder das Anhäufen von Reichtum galten als Laster und als Ausdruck von einem sündhaften Leben. Im späteren Mittelalter aber hatten sich viele Berufe herausgebildet. Das kommt nämlich davon, wenn immer alle von Natur aus ihr Potenzial ausschöpfen und sich dabei auch noch etwas Challengen wollen. Man spezialisierte sich aufs Nähen, Töpfern, Tischlern und so weiter. Man hatte sich spezialisiert auf einen Beruf, eine Berufung, der man ein Leben lang nachging, in der man ein Leben lang Selbstwirksamkeit erfahren und sich immer wieder auch fördern und fordern konnte, um die selbst gemachten fertigen Projekte zufrieden zu begutachten und neue Erkenntnisse aus der eigenen Arbeit umzusetzen und über Generationen weiterzugeben an die eigenen Kinder, die hoffentlich ebenso talentiert, interessiert und zahlreich vorhanden waren. Jep, mit diesem Tisch habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Übrigens, Arbeit war jetzt eine Tugend, denn man tat sie für Gott, sozusagen. Zu viel abchillen war zur Sünde erklärt wurden. Viele Systeme, unter anderem der Sozialismus, haben später in die gleiche Kerbe gehauen. Hier findet sich ein gesamtgesellschaftlicher Gedanke, der sich bis heute hält. Wer nicht arbeitet, ist nicht Teil dieser Gesellschaft und verdient es, dass man ein wenig auf ihn herab schaut. Interessant, oder? Jedenfalls stand man im Mittelalter morgens mit der Sonne auf, begann seine Arbeit, frühstückte zwischendurch mit dem Rest der Familie und den Knechten und so weiter, denn die Arbeit war ja meist auf dem Hof, auf dem man noch lebte und nicht in der nächsten Stadt. Und so fühlten wir uns früher an unserem Arbeitsplatz auch zu Hause. Wenn du aus dem Scheunentor blicktest, sahst du deine Kinder beim Toben, deine Frau beim Wäsche aufhängen, deinen Bruder beim Flügen. Oder meinetwegen deine Mönchsbrüder bei der Arbeit im Klostergarten. Anyway, alles, was du den ganzen Tag sahst, während du auf Arbeit warst, war tatsächlich dein Leben. Also, man ging nach dem Frühstück dann wieder seiner Arbeit nach, aß ein paar Stunden später zu Mittag hielt ein Schläfchen, ging wieder seiner Arbeit nach bis zum Sonnenuntergang. Hobbys in dem Sinne kannte man zu dieser Zeit nicht. Vielleicht hatte man damals auch gar nicht so viel Zeit dafür. Vielleicht brauchte man sie aber auch noch nicht so dringend als eine Form des Ausgleichs oder der Selbstverwirklichung wie heute. Arbeit und Leben waren sehr viel enger verknüpft und nicht im Ansatz so voneinander abgespalten wie in unserer modernen Zeit, wo viele Pendler ihre Kinder und Lebenspartner höchstens am Wochenende zu Gesicht bekommen, obwohl sie vielleicht sogar etwas weniger Stunden arbeiten, als die Menschen es damals getan haben. Nochmal, alles, was du den ganzen Tag übersahst, selbst während deiner Arbeit, war dein Leben. Und selbst, wenn du irgendwann nicht mehr so konntest wie die Jungspunde, hattest du immer noch hier deinen Platz, als helfende Hand, als Erfahrungsgeber. Es war immer noch dein Leben. Im Übrigen gab es natürlich keine Urlaubstage, wie wir sie heute kennen. Aber das Jahr war von sehr viel mehr Feiertagen durchzogen damals als heutzutage. Und so kam man neben den Sonntagen dennoch im Schnitt auf 20 arbeitsfreie Tage im Jahr. Unser kleiner Ausflug in die Geschichte durch Jahrtausende der mehr oder weniger bewussten erfahrenen Selbstwirksamkeit gehen an dieser Stelle langsam zu Ende. Denn nun kommen die Industrialisierung. Henry Ford und Taylor, der Vater des Taylorismus. Taylorismus bedeutet nichts weiter als die Optimierung in der Fabrik der menschlichen Arbeitskraft. Das Hauptproblem damals war, dass die Produktion einfach nicht effektiv und sehr ineffizient war. Die Arbeiter verbrachten viel Zeit damit, in aller Ruhe beispielsweise Werkzeug zu suchen oder dieses zu schleifen, was ja bisher ein ganz normaler Teil der Tätigkeit eines jeden Arbeiters war. Werkzeuge suchen und schleifen mag aufhalten. Es hatte die Arbeit bis dahin aber auch entschleunigt und so Raum gelassen für unsere Gedanken zum Wandern zum Beobachten unserer Selbstwirksamkeit zum Hineinspüren in unsere Kreativität und Intuition zum Entwickeln neuer Ideen und deren spannende Umsetzung Naja Jedenfalls entstanden so aus Sicht der Fabrikbesitzer und Vorarbeiter sehr viele unproduktive Zeiten in denen die Produktion nicht weiterging und und dann kam eben Frederick Winslow Taylor der viele Beobachtungen und Studien machte und dann die Abläufe optimierte damit der Arbeiter sich endlich auf die eigentliche Produktion fokussieren konnte Und neben Herrn Taylor optimierte auch Henry Ford die menschliche Arbeitskraft Seine einfache aber dennoch so geniale Idee war es den gesamten Prozess in Abschnitte aufzuteilen und jeden Mitarbeiter auf einen Teilbereich zu spezialisieren So mussten diese auch nicht mehr so umfassend ausgebildet werden und waren besser und schneller zu ersetzen und auszutauschen Man wollte keine Selbstwirksamkeit man wollte menschliche Arbeitskraft die ohne Mu und Meff zu sagen eingesetzt und ersetzt werden konnte wie eine Maschine Es gab extrem detaillierte und zerlegte Arbeitsaufgaben mit entsprechenden Zielvorgaben und es gab Stress und Widerstände bei den Arbeitern und zwar dagegen dass die Dauer dieser Arbeitsschritte mit der Stoppuhr gemessen wurden Die haben sich damals was getraut was Heute ist das ja in vielen großen Unternehmen ganz normal Spitz zusammengefasst könnte man also sagen früher erschuf der Tischler über einen längeren Zeitraum seinen Tisch und dieser Tisch hatte aufgrund des kreativen und selbstwirksamen Schaffens des zufriedenen Tischlers eine Seele Heute produzieren wenige Menschen in Fabriken an großen Maschinen den ganzen Tag lang ein und denselben Tischfuß oder ein und dieselbe Tischplatte für ein und denselben seelenlosen Tisch Ein letzter Funfact noch bevor ich langsam zur Quintessenz dieser Folge komme Die Arbeiter sahen es zu Beginn der Industrialisierung nämlich gar nicht ein mehr zu arbeiten als unbedingt nötig Wenn der Lohn ausbezahlt wurde ließen die meisten die Maschinen einfach stehen Zur Motivation senken die Fabrikanten die Löhne und zwangen die Belegschaft durch Hungerlöhne immer mehr zu arbeiten Falls du jetzt denkst ich hab mir das ausgedacht das steht so in einem Beschreibungstext zu einer Folge von Planet Wissen der ARD welcher Kindern die Geschichte der Arbeit erklärt So Was für eine wunderbare Überleitung Endlich sind wir in unserer Zeit zurück Bevor ich zum Mantra der Woche komme möchte ich dich einladen mal in dich rein zu spüren und vielleicht auch anhand der Geschichte in dieser Folge abzugleichen wie selbst wirksam du in deinem Alltag und wie zu Hause du insbesondere in deinem Berufsalltag sein kannst folgende drei Fragen helfen dir vielleicht dabei erstens wie viel du von deinem tatsächlichen Leben siehst macht einen großen Teil deiner allgemeinen Zufriedenheit aus wir Menschen mögen Vertrautes Verbundenheit und Einklang und wir fühlen uns unwohl und ein wenig verloren in Abspaltung und Trennung auch wenn sie Lebensbereiche und Orte und nicht unbedingt unsere Partnerschaft betreffen Wie zu Hause und in deinem Leben du dich an deinem Arbeitsplatz fühlst oder nicht kannst du dich auch fragen wie gesund oder wohltuend die Sinneseindrücke sind die dich täglich am Arbeitsplatz umgeben kannst du dich mit ihnen identifizieren ein Landschaftsgärtner ist hier wahrscheinlich noch näher an der Natur unserer ursprünglichen Bedürfnisse was die Sinneseindrücke angeht die uns täglich am Arbeitsplatz umgeben als ein Fabrikarbeiter grün bunt abwechslungsreich versus grau laut und monoton zum Beispiel zweitens eine weitere gute Frage wäre wie wie es mit deiner Selbstwirksamkeit im Sinne von kreativ sein und neues einbringen und ausprobieren dürfen aussieht das Gefühl zu haben nichts optimieren zu dürfen selbst wenn die Vorteile noch so offensichtlich sind das Gefühl zu haben sich nicht einbringen und mitgestalten zu dürfen das Gefühl das eigene Potenzial unterdrücken zu müssen ist einer der Frustfaktoren schlechthin und wenn Fromm recht hat und es der Sinn unseres Lebens ist Erfüllung in unserem Schaffen zu finden indem wir uns darin auch weiter entwickeln dann meine ich dass das eigene Potenzial unterdrücken zu müssen und sich nicht ausprobieren und mit der eigenen Selbstwirksamkeit experimentieren zu dürfen nicht nur frustrierend sondern auf Dauer tatsächlich deprimierend und krankheitsfördernd ist und die dritte und letzte Frage siehst du Ergebnisse erfährst du Erfolge ist es möglich für dich Projekte oder Aufgaben abzuschließen und im Nachhinein zu sehen dass du etwas erreicht hast das große ganze sozusagen dein beseelter Tisch oder geht es dir wie den Fließband Arbeitern die den ganzen Tag Maschinen in verstaubten Werkshallen zugucken müssen wie sie immer und immer wieder nur dasselbe Teil für ein Ergebnis produzieren welches sie in seiner Vollendung nie zu Gesicht bekommen ist deine Arbeit eine Endlosschleife ohne Anfang und Ende immer wieder zu erleben dass die eigene investierte Energie einfach verpufft das Gefühl der Austauschbarkeit und der Beliebigkeit in Bezug auf die eigene Schaffenskraft zu haben ist ungefähr so krankheitsfördernd wie ein Unterdrücken des eigenen Potenzials und apropos Potenziale hier kommt dein Mantra der Woche ich habe viele Potenziale und ein ganzes Leben um sie zu erfahren Das war also Teil 1 Arbeit der Trilogie Arbeit Familie Leben Was du mit den Erkenntnissen aus der heutigen Folge anstellen und wie du sie für deinen Lebensalltag und Lebenssinn nutzen kannst erfährst du im dritten Teil Leben Vorher wenden wir uns in der kommenden zweiten Episode dieses Dreiteilers aber noch einem weiteren wichtigen Lebensinhalt zu Der Familie Bis dahin Genieß die Effekte die du in dieser Welt hervorzauberst und komm gut durch den Spätherbst Deine Susi Deine Susi Deine Susi Deine Susi Deine Susi Untertitelung des ZDF, 2020